Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Und zwar, ich will ein kleines Informationsvideo machen über die Gamescom. Ich werde ein kleines Videotagebuch führen. Das wird halt zwei, drei Tage gehen. Ich werde nicht alleine da sein. Ich werde da mit Freunden hinfahren. Und zwar einmal ist es die Nenaria. Die führt auch einen Kanal und den Link habe ich unten in der Videobeschreibung hinterlegt. Und der zweite ist der Mauli. Ja, wie schon gesagt, zwei Tage sind wir dort auf der Gamescom. Den ersten Tag werde ich halt Spiele ausprobieren und halt mich dort umgejucken. Und den zweiten Tag werden wir Cosplays machen und halt auch mit anderen Cosplayern, also vielleicht treffen. Ich werde dann halt auch vielleicht am Donnerstag noch andere Leute treffen. Das weiß ich aber noch nicht. Muss ich halt gucken. Und ja, das war es jetzt soweit von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich über ein paar Abonnenten freuen. Ja, okay. Tschüss!